Musik Vier Wände ist eine Kunstausstellung, die in verschiedenen WGs Münsters stattfindet. Dieses Mal fand sie in der Melcherstraße 29 statt. Erfunden wurde das Ausstellungskonzept vor etwa sechs Jahren. Die Inspiration war das Wohnzimmerkonzert, was es so 2008, 2009 herum gab. Und meine ehemalige Mitwohnerin hat dann gesagt, ja, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir das sozusagen mit Kunst auch machen können. Wenn wir unsere Wohnungen zur Verfügung stellen. Und das hat halt so einen Anklang gefunden, dass man das Ganze nachher ausgelagert hat, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt in andere Räumlichkeiten. Und Freunde und Bekannte haben das Konzept halt mega gefeiert und so ging es halt dann weiter. Die Künstler dieser Ausstellung sind Malte und Warto, Freunde der Organisatoren. Dominik, der das hier mit organisiert, ist ein Freund von mir. Und der hat mich halt vor zehn Tagen genau gefragt, ob wir das gerne machen möchten. Und genau, habe ich natürlich direkt zugestimmt. Inzwischen hat fast jeder Künstler oder angehende Künstler die Chance, bei vier Wände auszustellen. Wir hatten ursprünglich Kriterien, so was wie Leute, die jetzt nicht unbedingt Kunst oder Design studiert haben, also die so private Künstler. Inzwischen haben wir das einfach so weit geöffnet, dass wir sagen, wir bieten Ausstellungsfläche für jeden, der quasi frisch in diese Schiene rein möchte und der noch keine Ausstellungsfläche hat. Was sich die beiden diesmaligen Künstler von vier Wände erhoffen, ist recht eindeutig. Spaß. Spaß. Also das Schöne ist ja einfach, dass man hier halt in einem privaten Raum ausstellt und dementsprechend, ich glaube einfach, also ich hoffe einfach, dass viele halt vorbeikommen, um ja auch einfach die Gelegenheit, also einfach hier auch jetzt nicht irgendwie so hinkommen, um sich jetzt knallhart so mit Kunst auseinanderzusetzen, sondern der Rahmen hier bietet das ja auch einfach. Dass sie recht spontan für die Ausstellung engagiert wurden, stört Malte und Bartho überhaupt nicht. Ihre Idee für die Ausstellung ist recht einfach. Als wir Anruf bekommen haben, ob wir Bock haben, auszustellen, da haben wir zugesagt. Und von dem Anruf bis heute ist genau zehn Tage. Und dann haben wir gedacht, okay, jeden Tag machen wir einfach Kunst. Und es ist keine so Kunst so, wir beschäftigen uns so richtig intensiv, sondern einfach jeden Tag so einen kleinen Gags einfach. Für die Künstler stellt der Alltag die größte Inspiration für ihre Kunstwerke dar. Ja, der Waldwichser. Der ist halt entstanden, wir haben halt am ersten Tag, als wir den Anruf bekommen haben, abends eine Doku geguckt über Killerwagel. Und da gab es dann halt eine Szene, wo es einfach um die künstliche Befruchtung ging in den SeaWorld Parks. Und dann hat halt ein Mitarbeiter einfach den Job, die ganze Zeit Wahlen runterzuholen. Anders als bei klassischen Ausstellungen gibt es bei vier Wände immer Livemusik. Die Ausstellung ist im Grunde wie eine kleine Hausparty organisiert. Die lockere Atmosphäre spricht auch die beiden Künstler sehr an. Danke, danke. Okay, viel Spaß und weiter geht's. Also kommen mehr Studenten, es ist auch mehr Spaß. Ich glaube auch, das Ding ist halt hier einfach echt, das Schöne ist ja, dass es einfach in einem, das ist ja ein ganz anderer. Also es ist ja, es ist keine richtige Ausstellung. Es ist so eine kleine Happening, einfach mal am Sonntag. Auch außerhalb Münsters hat das Konzept von vier Wände inzwischen Anklang gefunden. Jetzt zuletzt kam eine Anfrage aus Mainz. Da hat noch jemand gefragt von wegen, ja, wie sieht das aus? Habt ihr einen Copyright da drauf und so? Und wir sind eigentlich immer froh, wenn das Konzept sozusagen weitergetragen wird. Und wenn wir sagen können, ey, das ist eine lebendige Sache. Vier Wände wird ausschließlich von Studenten organisiert und findet nun nach längerer Pause wieder vierteljährlich in Münster statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017